Allein schon der große Stern vorne, wenn man reinfährt, ist einfach ein faszinierendes Gefühl, das Riesengebäude zu sehen. Wenn man reinkommt, alles so einheitlich aussieht und die ganzen Leute. Und auch ein sehr großes Gelände und man sieht auch sehr viele schöne Autos hier natürlich. Das ist schon sehr beeindruckend alles. Wie lief es dir, nach Deutschland zu kommen? Ich liebe Deutschland und ich liebe Mercedes. Das ist Lewis Hamilton. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Wow, dum-dum-dum. Ich bin sehr, sehr nervös. Die Kunden haben das natürlich überhaupt nicht erwartet und dann ist es natürlich witzig, dass wir da mit dem Mercedes da rausfahren und denen die Schlüssel übergeben. Schön überraschend. Ich war baff. Wann bekommt man schon mal so ein Auto und dann noch von so einer Person übergeben? Geile Aktion, mega geile Aktion. Tschüss. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.